Mit unserem neuen Regelungskonzept, das heißt mit unserem neuen Bedienmodul 2, ist uns ein großer Schritt gelungen. Wir haben hier eine intuitive Regelung mit Klartextanzeige, welche voll webfähig ist. Das heißt, wir haben auch hier die Schnittstelle geschaffen zu Smartphones und Tablets. In der Bedienfreundlichkeit, denke ich, sucht diese Regelung ihresgleichen. Wir haben ein hohes Maß an Funktionalität bei gleichzeitiger, sehr einfacher Bedienung hier realisieren können. Und dieses Modul ist für all unsere neuen Heizgeräte vorgesehen. Darüber hinaus haben wir hier auch noch die Möglichkeit, unsere kontrollierte Wohnraumlüftung auch mit diesem Bedienmodul intelligent anzusteuern. Ja, auch im Badbereich steht das Objekt bei uns im Fokus. Und so haben wir heute hier unsere Duschrinne Variant CR 125 mm Kastenrinne mit Einbaufall gezeigt. Und wir sind besonders stolz darauf, dass wir hier alle Sonderlösungen und Sonderausführungen liefern können. Natürlich mit dem bewährten Edelstahlflansch, der eine sichere Abdichtung ermöglicht. Und der voll ausgeführten Edelstahlrinne, die natürlich besonders reinigungsfreundlich ist und auch im hochwertigen V4A ausgeführt werden kann. Neben unseren Kastenrinnen bietet natürlich auch unsere Premium-Serie, die Akku Shower Drain E-Line, die Möglichkeit der Sonderausführung. Hier haben wir neben der Horizontalversion auch die Wandaufkantung, die auf individuelle Länge geliefert werden kann. Das natürlich kombiniert mit unseren Edelstahlrostdesigns in der elektropolierten Oberfläche, die besonders gut zu Chromarmaturen harmoniert. Seit 40 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen AquaTherm mit dem Thema Fußbodenheizung. Unter der Namensgebung AquaTherm Orange System werden wir zukünftig die Bereiche der Fußbodenheizung abdecken. Auch farblich spiegelt sich das Thema wieder. Zukünftig werden wir PRT-Rohre in der Farbe Orange anbieten. Diese Rohre sind nicht nur für den Einsatzbereich im Privaten gedacht, sondern finden sich auch im Bereich der Sonderanwendung, so zum Beispiel den Sportboden oder auch den Industriebodenbereich, wieder. In Kombination mit unserem AquaTherm BluePipe haben wir die Möglichkeiten, Sonderanwendungen im Bereich der Industrie, wie vorhin schon angesprochen, aber auch bis im sportlichen Bereich als Rasenheizung oder als Eisflächensysteme zu realisieren. In Kombination mit unserem Charakter